Sie sind nicht die Lösung des Problems CDU, CSU. Sie sind die Ursache vieler Katastrophen in Deutschland, die es unter AfD-Führung niemals, auch nur ansatzweise, so gegeben hätte. Und jetzt stellen Sie sich dahin zum Kernenergieaufstieg und legen eben so einen runtergerotzten Antrag vor, der bei uns, bei unserem System nicht mal als kleine Anfrage durchgehen würde. Sie wollen daraus einen Untersuchungsausschuss kontrollieren, konstruieren. Warum wollen Sie das machen? Sie sehen genau, im Osten der Republik sind wichtige Wahlen. Auch da schwimmen Ihnen die Fälle weg. Und jetzt tun Sie so, als wenn Sie Deutschland jemals auch nur einen Schritt nach vorne gebracht hätten. Sie sind Deutschlandhasser, Sie sind Deutschlandvernichter und unterscheiden sich darin von nichts, von dieser Ampelregierung, die rechts von mir auf der Bank sitzt. Vielen Dank. Mimimi, Mimimi, Mimimi. Also das ist jetzt aber schon interessant, wie Sie gerade von mir ja regelrecht eingefordert haben, dass ich pauschale Zuschreibungen an eine ganze Fraktion rüge und Sie das gleiche jetzt wieder machen. Ich finde, niemand muss hier anderen vorwerfen, Deutschlandhasser zu sein. Mimimi, 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 Mimimi. Mimimi, Mimimi.